hallo liebe freunde von grenzenlos leben ein wunderschöner abend während ich mit marley hier am palmer solar course lang gehe ganz entspannt und schön hier am meer entlang ein schneller gedanke zum thema klarheit und start ich erlebe immer wieder bei einigen der von mir begleiteten auswanderer dass sie mir die ich sag wirklich extrem dämliche frage stellen ja wir müssen uns ja noch nicht abmelden und wir können ja noch eine ganze weile das kindergeld einsacken und 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 abgesehen davon dass die diktatur in nordkorea das ganze sozialverbetrug nennt und es als solchen betrachtet mir ist es egal ob es das ist der dreh- und angelpunkt ist jeder der in diesem leben frei sein will jeder der in diesem leben glücklich sein will und jeder der in diesem leben ich sag mal wirklich auch anstand hat der nimmt von diesem scheiß staat einfach kein geld tut mir leid weil das ist das was die menschen in die abhängigkeit geführt hat in der sie jetzt rumhängen staatsknete kohle vom staat egal was ob arbeitslosengeld wo es jetzt viele sagen ja aber dafür habe ich doch bezahlt ja scheiße was tut mir leid das ganze system ist müll rente kindergeld diese ganzen transferleistungen machen doch die menschen nur abhängig und frei und glücklich was für ein scheiß leben wenn man geld vom staat nimmt egal in welchem land auch hier in den usa nehmen nur vollhorns und idioten geld vom staat jeder der denken kann will kein geld vom staat nimmt kein geld vom staat und hat den anstand sein leben selbst zu bestreiten denkt man darüber nach und trifft deine entscheidung ob du geld vom staat nehmen willst musst und möchtest und ich wünsche dir von ganzem herzen dass du es entweder noch nie getan hast oder in sehr absehbarer zeit damit aufhören willst wenn du damit aufhören willst wirst du es und dann geht es auch viel besser ohne dein klaus vor grenzenlos leben